Yo, 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 was geht ab, Rasselbande? Ich hoffe, es ist alles cool bei euch und ihr sitzt schön daheim im Warmen und lasst es euch gut gehen, zockt was, guckt YouTube oder guckt einen eisen Film. Das kann ich auch wieder machen, denn seit einer Woche hatte ich einfach keine Heizung und hab mich in meinem Zimmer fast abgefroren. Und heute war der Tag, wo ein Monteur gekommen ist und endlich meine Heizung repariert hat, die Luft daraus gelassen hat. Und jetzt heizt die wieder wie eine Eins und es ist so geil, in einem warmen Raum zu stehen. Da macht das Rekorden auch einfach gleich viel mehr Spaß. Aber ich war die letzten Tage auch draußen im Kalten. Ich wollte mit dem Kumpel sein Auto waschen und sein Auto ausstaubsaugen, weil wir immer relativ viel mit seinem Auto rumfahren. Und ja, dann dachte ich mir, kann ich dem natürlich auch dabei helfen, dass man das sauber macht, dass man das ausstaubsaugt, wie man das als Bratan halt so macht. Ja, wir dann zu unserer Stammwaschanlage gefahren, wo wir immer unser Auto sauber machen, immer sein Auto sauber machen und fahren davor und wollten da reinfahren, aber haben nicht den Eingang gefunden, wie man zum Deck kommt, um sein Auto auszustaubsaugen. Und wir sind dann den falschen Weg gefahren, sind dann zur Waschanlage gefahren und da stand ein Mitarbeiter von der Waschanlage und hat sich mit so einer Frau unterhalten, die so ungefähr sein Alter war. Sah so ein bisschen bitchig aus, stand da mit einer E-Klasse, zwei Kinder hinten drin. Und er war halt tief mit ihm im Gespräch und hat ihn die ganze Zeit so gesehen, wie er ein paar Gestiken macht und er sagt, was man so besser machen könnte beim Reinigen. Und ich dachte mir, okay, der sieht uns nicht. Ich steige kurz aus, frage den ganz nett, welche Einfahrt wir nehmen müssen oder wo wir halt hinfahren müssen in diesem riesen Waschkomplex, um das Auto zu staubsaugen. Also gehe ich auf ihn zu und ich sehe, wie er sich mit der Frau unterhält und warte halt noch ein bisschen. Dachte so, vielleicht sieht es, dass ich da bin und frag mich kurz, was ich will. Aber er reagiert null. Dann frage ich ihn ganz nett, sorry, wo muss ich hinfahren, um das Auto zu waschen? Und da dreht er sich nur zu mir um und sagt mir richtig frech, ja, siehst du nicht, dass ich gerade im Gespräch bin? Frag mich, nachdem ich mit dem Gespräch fertig bin. Und dann sage ich noch so, ja, sorry, aber ich wollte echt nur kurz fragen, wo wir hin. Da unterbericht er mich einfach wieder im Satz und meinte, du siehst doch, dass ich gerade im Gespräch bin. Warte einfach, bis ich fertig bin. Dreht sich einfach wieder um und redet mit der Frau weiter. Total frech und ich denke mir, was ist hier los? Ich stehe vor ihm und ich habe einfach nichts mehr gesagt, weil ich total fertig war mit der Welt. Und man hat halt gesehen, das Auto war schon sauber. Er wollte einfach nur so ein bisschen mit der Frau flirten, weil er dachte, dass er da eine Chance hatte. Und dann war ich einfach so pisst. Da habe ich gesagt, bin zurückgegangen, richtig wütend. Mein Kollege hat gefragt, was los ist. Ich meinte, jo, der hatte gerade die größte Scheiße abgezogen. Und mein Kollege und ich waren sich direkt einig, jo, wir fahren jetzt einfach weg. Wenn der meint, dass er so die Kunden vergrauen muss, muss er das machen. Und ja, ich denke mir, in Deutschland gibt es sowas meistens einfach nicht, weil man da so viele Leute hat, die direkt Stress machen würden, wenn sowas passiert. Und da würden die Leute einfach nicht so unfreundlich sein, weil die sich nicht rausnehmen können, weil die auf den Job angewiesen sind, weil den Job einfach sonst jemand anders machen würde. Aber anscheinend hat er wohl einen relativ guten, stabilen Job, den kein anderer machen will, dass er sich sowas rausnehmen kann. Wir waren beide auf 100.000, waren beide richtig sauer und sind dann einfach weggefahren, haben das Auto nicht gestaubsaugt, müssen uns jetzt eine neue Anlage suchen, wo wir es staubsaugen können, weil wir da natürlich nicht mehr hinfahren wollen. Weil der Typ uns einfach so aufkriegt, das ist so disrespectvoll und unfreundlich. Ich meine, du willst eine Frage stellen, die dir jemand in 30 Sekunden beantworten könnte. Das ist doch kein Thema, kurz die Frage zu beantworten. Wenn ich in Ikea gehe und da die Frau vom Ikea oder der Mann vom Ikea gerade mit einem Kunden spricht und ich kurz frage, ja, wo komme ich zu den Betten? Dann gibt er mir kurz eine Antwort, sagt mir, ja, gehst den Floor nach links, gehst den Floor nach rechts und dann bist du da. Die würden dir das niemals übel nehmen und der Typ war einfach so arrogant und hat einen so sauer gemacht. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen disrespectvollen Menschen getroffen wie ihn, der so von sich überzeugt sein musste. Ich meine, der arbeitet in einer Waschanlage, der ist auf den Job angewiesen und macht sowas. Ich bin jetzt nicht so jemand, der dann irgendwo hingeht und eine Beschwerdemail schreibt, aber ich finde, solche Leute, die sind an solchen Stellen einfach fehl am Platz. Das sind so Leute, die irgendwo dann auf eine Feier gehen, ihr ganzes Gehalt von ihrem Waschanlagenjob ausgeben und auf der Feier der größte pimseln und sich alles rausnehmen können. Und im echten Leben dann aber an einer Waschanlage stehen und dass man sich von solchen Leuten dann solche Antworten geben lassen muss, das hat mich einfach so sauer gemacht und meinen Kollegen auch. Und wir sind mit der Waschanlage fertig, zu dieser Waschanlage werden wir nicht mehr fahren, auch wenn die sehr nice war. Wir sind mit der Waschanlage, denke ich, durch. Mich würde einfach mal interessieren, ob ihr schon mal solche Erlebnisse hattet, dass der Dienstleister so disrespectful euch gegenüber war oder so unverschämt, obwohl die sich das eigentlich gar nicht rausnehmen können. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so für Geschichten zu erzählen habt. Sonst wünsche ich euch einen richtig geilen Donnerstag. Genießt den kleinen Freitag schon mal. Bald ist ja Wochenende und feiert gut. Wir sehen uns beim nächsten Video.